Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rayble Dixels. Heute geht's in zweiten Traum, im zweiten Kapitel weiter. Mal gucken, wie lange wir heute brauchen, hierfür. Und die Musik ist auch so wie eh und je. Moment, war da unten eine, ja da unten meine Karte. Na komm. Ha ha. Ja ha. Ähm, habe ich schon mal erwähnt, dass ich manche Spiele auch nur aufgrund der Musik anfange zu spielen. Ich habe es gesehen, ja. Puh. Da würde ich sagen, habe ich ein bisschen gelackt. Ah, komm. Aua. Aha. Dann geh mal kurz sterben. Das war's mir, Wurfett. Das war's mir, Wurfett. Willkommen. Uh, that looked indeed painful. Aua, Musik. Ich mag gute Musik. Oh. Und das mag ich gute Musik im Videospielen. Ja, ich liebe gute Musik im Videospielen. Das könnt ihr mir nicht nehmen. Kam euch dieser schwarze Block da gerade aus so vor, als ob es ein Baum wäre? Ja, komm. Haha, wirklich nur das geworden. Schade. Na, komm. Ja, dann machen wir mal ein Potion noch und dann, jawohl, hat sich das. Ja, da habe ich Scheiße gebaut. Ich habe es nicht jetzt genau gesehen, aber... Ich glaube, es sah schmerzhaft aus. Übrigens, ich hasse diese Rutsching-Untergrund. Sumo? Sag mir, ich hasse diese Rutsching-Untergrund. Okay, check-freund. Okay, check-freund. Okay. Ich weiß, es ist zu... Oh, ja. Oh, meinst du, ist das günstig. Wee, that looked indeed painful. Ah. Hah, jetzt hab ich heruntergestoßen. Und NINE, er ist immer noch nicht gestorben, verdammt! Ich weiß auch, ob hier alle Blood Harvest einzusammeln. Ich kann nix versprechen, aber ich versuche es. Something's fishy here. Ich wusste es doch. Nein! Okay, das habe ich scheiße gebaut. Danke. Oh. Enttelter Tagekopf, Fischer. Ich liebe sie. Nöcht? Danke. 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 ich will nicht nein scheiße hier meine Damen und Herren beginnt mein Hass auf die Hände das war ein Kampfschrei nichts weiter als ein Kampfschrei wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob da noch ein R oder nicht wegen Krampfschrei na komm her ach komm nein warum kannst du gleich Mistvieh nicht einfach in diese Stacheln springen genauso wie der da oder der oder ich warum kannst du gleich Mistvieh das nicht es ist wirklich so schwer in Stacheln zu springen ich meine das kann selbst ich und ich bin kein komisches fliegendes Hentai Hentai Tentakel Hentai Tentakel Kopf Mistvieh Seht ihr kann ich doch prima ich kann ich kann sogar da oben feststecken mit dem Rücken das könnt ihr nicht ihr habt keinen Rücken aber ihr könnt trotzdem da in diese Stacheln fliegen hab ich schon mal erwähnt dass dieses Spiel leichte Aggressionen aus lösen könnte ich glaube ich werde dieses Angebot annehmen gleich viel weniger Hentai Tentakel Hentai Kopf Fücher viel angenehmer ich möchte nicht kennen das ist ungebar zu langes an ja komm und possum possum schum 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 ah ha 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 scheiße Ah! Oh! Tatsuh heavy. Ah, ja, das Spiel ist lustig, nicht? Ah, danke schön. Ah, danke schön. Ach komm, seriously? Ja, das dachte ich mir auch gar nicht. Nochmal seriously. Scheiße. Endlich. Okay. 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 Ja, komm. Ganz ruhig. So. Und das sind auch einige meiner Hassgegner. Na, kommt noch mehr von euch. Ah, mit meiner Schreib, die ich abgeschnitten habe. Nein, da habe ich zwei übersehen und eine Seite auch. Fuck. Egal, ob ich es sagen. Bis zum nächsten Mal. Oh, Justin. Tschüss.